Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal Und zwar heute werde ich immer, wenn ich nicht erster Platz werde, eine Megabox kaufen Jo Leute, es wird echt krass, also bleibt bis zum Ende dran Denn dann werde ich auf jeden Fall die Megaboxen öffnen Und zwar erst am Anfang von jedem Video werde ich eine Person grüßen Und zwar den Rosa Austria, okay das könnte auch eine Sie sein, ich weiß es nicht genau Kann ich gegrüßt werden, habe 4431 Trophäen, wäre echt nett Alle meine Brawler sind gut, habe leider Pipeout Rosa Rang 15 Rang funktioniert, ist noch ganz okay, ich weiß nicht wo das Problem ist Und wenn ihr am nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt es euch jetzt unten in die Kommentare Und mit etwas Glück werdet ihr auf jeden Fall am nächsten Video gegrüßt und los geht's Das Runde nehme ich auf jeden Fall Frank Ja, ihr könnt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings Brawler ist Das würde mich sehr interessieren und los geht's Ich save mir hier glaube ich jetzt erstmal die Boxen Und los, der macht richtig viel Schaden, das bockt auf jeden Fall Okay hier Oh mein Gott, der hat mich fast getötet Oh shit Leute, oh shit Oh shit, das sieht nicht gut für mich aus Das sieht nicht gut für mich aus Oh Mist, ich bin einfach nicht dicht genug Ich bin auf jeden Fall nicht dicht genug reingekommen Hier die save mir uns noch Und bam Okay, oh mein Gott Yeah, oh komm, den holen wir uns jetzt und bam Den haben wir uns gegönnt Diesen Idiot Was ein Wort So, auf jeden Fall, ich hab hier die Ulti am Start Ich werd die auf jeden Fall gleich nutzen Noch, werd ich erstmal schauen Okay, hier haben wir eine rosa, die ist recht stark Und Okay, die haben wir uns geholt Und Fast Ja Ja man Oh scheiße, der Boxer, von dem sollte ich mich fernhalten Bis ich auf jeden Fall geheilt bin Holy shit Leute Okay, wieder eine Ulti am Start Viel übrig Brawler auf jeden Fall Sollte ich mir den holen? Oh mein Gott Ich warte besser, bis er näher herankommt Oh, da ist der Boxer Weil ich bin mir sicher, die würden mich sandwichen So, kurz eine Runde campen Meint ihr, da ist jemand drin? Soll ich's probieren? Ja Okay, oh mein Gott Hier, leichte Beute auf jeden Fall Oh fuck, der ist nicht in meinem Radius Und Komm, nein Das war verschwendet Ich hab's gemerkt Okay, ich merk schon direkt Jetzt Jetzt sieht's hier schlecht für mich aus Oh man Das war ein Blöder Versuch auf jeden Fall Hier, der hat die Ulti am Start Besser weg Okay, ich lass die mal fighten Jetzt wird es Zeit, sich den Bock Boxer zu holen Hier, komm Ja man Showdown Und go Und jetzt Jetzt holen wir uns den Und ja man Erster, Leute Erster Nice Okay, die Boxen muss ich auf jeden Fall nicht kaufen Das ist gut Ich würde sagen Ich hol jetzt mal einen anderen Brawler Die Frage ist wen Oder spiele ich noch eine Runde mit Frank? Ich bin mir nicht ganz sicher Wisst ihr was? Komm, eine Runde geht noch mit Frank Also Das freut mich schon mal So So Noch eine Runde mit Frank Auf jeden Fall Neue Runde Neues Glück So Da ist ein scheiß Boxer Okay So Jetzt hier die zweite Neun übrige Brawler auf jeden Fall So Okay Jetzt muss ich mal schauen Oh, hier Okay, das ist ein Boxer Meint ihr den pack ich oder eher nicht? Nein Voll daneben getroffen Ey, wie cringe Ja Den Boxer habe ich noch gepackt Gut, gut Oh man So Jetzt bin ich auf jeden Fall geheilt Meint ihr, ich packe den Oh Die Rosa, die packe ich Okay Jetzt holt sich der Boxer die Rosa auch schon Wie er möchte Okay Komm, wir sandwichen den Oh ja man Einfach beide Beide geholt Ey Nice Das ist immer gut Ey Also Nice So Vier übrige Brawler noch Bisher sieht es ganz gut aus Ich bin eigentlich zuversichtlich Dass ich die Runde auf jeden Fall pack Ich glaube hier ist jemand drin Hier ist ein recht großes Gebüsch Oh shit Oh ja Hier Hier war jemand drin Okay Los Komm Dann holen wir die mal Ich glaube hier im Gebüsch Oh warte mal Warte mal Hier Oh ja Oh ja So Okay Leute Schreiben mal in die Kommentare Ob ihr meint, dass ich die packe Oder eher nicht Okay Die ist jetzt abgehauen Lassen wir Okay Hier ist sie Hier haben wir sie Sküskü Die holen wir jetzt Die holen wir jetzt Oh warte mal Oh warte mal Was sehen meine Augen Da Hä War das ein Vater im Ghana Ich dachte gerade Ich hätte noch Boxen gesehen Schade Schade Leute Auf jeden Fall Schade Schokolade Hier Verschwendet Verschwendet Drei übrigen Brawler Komm Oh shit Okay Die befeiten sich jetzt Wisst ihr was Ich mische mich da gleich ein Wenn die sich am bekämpfen sind Hier Ja Nice Komm Hier mit einsammeln Und komm Nein nein Der ulti glaube ich Oh mein Gott Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Leute war das knapp Ach du scheiße Zweiter Platz Ich war so zuversichtlich Ich hab's einmal selber reingekackt Ich hätte aus diesem Gebüsch rausgeben sollen Ey Also miss Auch wenn mein letzteres Er ist Frank Mein Lieblingsspieler So Leute Jetzt ist die Frage Wen wähle ich jetzt aus Mit wem spiele Ich hier Spike Auf Spike hätte ich schon Bock Oder Leon Mortis Mag ich überhaupt nicht Piper Pam Frank Bibi Oh Bibi Wäre auch nice Obwohl mit Bibi bin ich überhaupt nicht gut Da sind die Chancen für mich recht schlecht Rosa Rang 15 Das geht So auf jeden Fall Ich hab jetzt El Primo ausgewählt Vielleicht hab ich mehr Glück mit ihnen So auf jeden Fall Wünscht mir Glück Leute Wünscht mir Glück Der Boxer Ey Das gibt's ja wohl nicht Bam 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 Okay Komm Yeah next Neun übrige Brawler Wisst ihr was Oh nein Ich glaube ich hole die nicht Ich sammle erstmal noch ein bisschen Oh shit Ich werde komplett beschossen Ich bin hier nicht Ich muss mal kurz ein bisschen heilen Oh man hier 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 Ja Oh da haben die was übersehen Hier So Okay Die Rosa Besser nicht Die hat eine Ulti am Start Besser nicht Ich glaube ich werde verlieren gegen ihr Oh man Leute Ich muss mir jetzt hier irgendwie leichte Beute suchen Auf jeden Fall Dicht dran Dass die möglichst nicht auf der Stunt sind Oh shit Okay das ist jetzt gerade ein bisschen blöd Die liebe feiten sich Oh mein Gott Jetzt werde ich die holen Oh mein Gott schnell Ich muss ran Ich muss ran Ich muss ran Oh man Oh fuck Die ist aber komplett wieder geheilt Ey das war's doch Komm 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 Ja Okay geschafft Oh Leute Ich dachte gerade das war's jetzt Okay noch heilen Und jetzt Ich muss einfach zu dicht ran Ey Oh mein Gott Besser weg Oh shit Jetzt habe ich die andere Boxer am Visier Oh mein Gott Das war's jetzt glaube ich Nein Oh mein Gott Leute Das war's ja komplett Oh mein Gott Leute Ich muss einfach Alter Leute ich muss auf jeden Fall mal einen Markenverdoppler kaufen So Auf jeden Fall in den Shop Ich hole mir jetzt mal die Gratisbox hier Und mal schauen was wir drin haben 22 Münzen Ja gut Piper Barley Ereignes Ticket Ja ähm Auf jeden Fall Ich würde sagen ich lade gleich mal Münzen auf Und dann kaufe ich mir die beiden Boxen Ich habe ja zweimal verloren Einmal gewonnen Ey Schade schade drum Hier auf jeden Fall haben wir eine Box Und was haben wir drin Münzen Okay Dynamike Frank Und Barley Okay ein Ereignes Ticket noch Schauen wir mal eben was hier drin ist Und Münzen El Primo Der Oh ja Ja man drei Juwelen Das ist nice Das freut mich auf jeden Fall So was haben wir noch drin Und Es lädt 50 Münzen Piper Siko Und 5 Juwelen Ey das ist mega nice 22 Münzen Oha ein Upgrade freigeschaltet Für Bibi Okay eine haben wir noch Oh Nix besonderes Okay keine Juwelen Okay ich mach mal das Upgrade für Bibi Und go Bibi ist auf jeden Fall Upgraded So wie ihr sehen könnt Eine Box ist auf jeden Fall im Angebot Das ist schon mal nice Das freut mich Ich kaufe mal das Paket Und kaufen So jetzt werden die auf jeden Fall aufgeladen Okay ich bin stark klar So Und jetzt seht ihr wie sie aufgeladen werden Ich kaufe jetzt hier mal die erste Box Und los Okay Oha 201 Münzen Penny Jessie Spike Oh ein Upgrade für Spike Und rosa Okay und 3 Ereignis Tickets Und 8 Juwelen Juwelen sind nice So Leute 85 habe ich jetzt noch Jetzt muss ich noch die nächste Box kaufen Und los Und 211 Münzen Shelly Okay Kult Barley Rico 3 verbliebene Sachen Geil Upgrade freigeschaltet Okay Oh mein Gott Das ist geil 2 mal plus 200 Markenverdoppler Und 11 Juwelen 11 Juwelen Was sind die Wert eigentlich Oha ungefähr Ja gut Nicht mal ein Euro Aber das ist in Ordnung So jetzt mache ich mal eben das Upgrade Spike upgraden Und jetzt noch hier Poco upgraden So auf jeden Fall Das war es mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Gibt wie immer eine positive Wertung Schreibt in die Kommentare Wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt Abonniert den Kanal kostenlos Um keine Inhalte mehr zu verpassen Und ciao